Hier ist der Dator und herzlich willkommen zum 161. Let's Play auf Liches. Wir spielen mit Weiß und ich starte mit E4 und wir spielen mit Tursunbos oder so ähnlich aus Kyrgyzstan, wenn ich es richtig ausgesprochen habe und ich ziehe hier mal Springer F3. Okay, ich springe nach C6, alles noch seinen gewohnten Gang. Und hier regiere ich mal, man kann jetzt hier nehmen, genau. Und jetzt gibt es die Variante mit entweder D4 oder Turm E1. Und inzwischen spielen, glaube ich, auch die Top-Engines dieses Turm E1 eher als dieses D4. Ich habe ja früher gerne Schach-Engines gegeneinander spielen lassen, um rauszukriegen, welche die beste ist. Und damals war Kritter sehr gut, das weiß ich noch, also vor mehreren Jahren. Inzwischen ist ja Stockfish bzw. Alpha Zero das beste Schachprogramm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, spielt hier Stockfish auch immer Turm E1 oder schlägt Turm E1 vor. Aber D4 kann man, soweit ich weiß, auch spielen in der Stellung. So, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Und, okay, alles ganz normal verlaufen mit Läufe nach E7, D4. Und hier spiele ich gar nicht C3, aber, ja, gut, spielen wir C3. Springer nach F5. Okay, ich spiele mal Springer nach D2. Ich möchte meinen Springer entwickeln. Und wir spielen hier auch gegen den Burken mit 2.266. Das ist natürlich schon ordentlich. Mhm, er schlägt. Was ist, wenn ich jetzt eigentlich alles abtausche? Ist es so schlecht? Mhm. So, das spielt ziemlich schnell. Sollte ich jetzt mit der Dame schlagen oder mit dem... Wahrscheinlich ist es mit dem Bauern besser. Auch wenn ich dann einen Isolani habe, okay. Aber den kann ich ja vielleicht auch halten. Oder vielleicht auch an der Stelle opfern, je nachdem. Jetzt kann ich ihn schon zurückgeben. Und das mache ich auch. Jetzt kann er die Dame schlagen. Dann kann ich mit dem Turm zurücknehmen. Mein Springer steht im Zentrum. Und gut, er hat das Läuferpaar. Das ist wohl ein Hauch von Vorteil. Mhm. Aber schauen wir mal. Das sollte doch noch zu halten sein. Nach wahrscheinlich Tung C1. Ich würde natürlich gerne den Läufer abtauschen. Aber ich wollte es nicht unbedingt nach E3 ziehen. Weil dann kriege ich wieder einen Isolani. Wobei, hätte man vielleicht auch machen können. Aber der ist vielleicht eine wirkliche Schwäche. Ja, das Läuferpaar ist halt stark. Das sage ich ja selber immer. Aber meine Turme sind zumindest jetzt im Spiel. Und jetzt kann ich schon auf Abtaus spielen hier. Das ist mir doch sehr recht. Dann sind alle Gefahren hoffentlich erstmal gebannt. Okay, er akzeptiert den Abtausch. Und jetzt komme ich auch auf die zweitletzte Reihe. Das sollte eher gut für mich sein. Ich muss mit der Grundreihe ein bisschen aufpassen. Ja, er möchte natürlich direkt da runter. Aber eigentlich kann er ja nicht runter. Der Läufer deckt ja noch. Können wir jetzt auch erstmal einen Schlupfloch machen. Okay, ich denke ich sollte schlagen und dann H3 spielen. Jetzt hängt der Bauer. Ich biete mal Remi, weil ich habe weniger Zeit. Die Stellung sollte remislich sein. Okay, das ging jetzt relativ ratzfatz. Vielleicht ist es sogar ein bisschen besser für mich. Die Stellung könnte auch sein. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich remislich. Ich habe vielleicht einen Hauf von Vorteil durch meinen Turm auf dieser siebten Reihe, der den Bauer angreift. Aber er kann ja auch meinen Bauern angreifen. Okay, wie wäre das eigentlich, wenn er zieht hier runter. Ich nehme hier. Oh, ich drohe mit Matt. Oh, ist vielleicht doch besser für mich. Ist vielleicht doch deutlich besser für mich. Er darf ja gar nicht runtergehen. Also doch, jetzt darf er noch. Aber dann schlage ich hier und er darf dann nicht nehmen, weil ich hier mit Matt drohe. Da muss er dann erst irgendwie anders spielen. Ja, vielleicht ist es doch besser für mich. Wobei, er droht ja auch hier zu nehmen. Ah, okay. Na ja, dann. Also er zieht hier hin. Ich schlage hier. Als Beispiel. Und dann kann er mit dem Läufer zum Beispiel hier nehmen. Und dann muss ich erst mal wegziehen. Und dann kann er sich ein Luftloch machen. Ja, ist wahrscheinlich remislich. Okay. Also, dann bin ich gespannt, was uns das nächste Mal erwartet. Demnächst brechen wir die 10.000 Abonnenten Marke. Also, wenn du nichts von meinen Videos verpassen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal. Und trete gerne in Lead Chess meinem Team bei. Link zum Team befindet sich auch in der Videobeschreibung. Und wenn du dich im Schach verbessern möchtest, dann nehme ich gerne meine Kurse in Anspruch. Ich habe einmal ein 1500er und einmal ein 2000er Kurs. Also, wenn du darin Interesse hast, dich im Schach zu verbessern, dann können dir meine Kurse dazu verhelfen. Links zu den Kursen befinden sich auch in der Videobeschreibung. Also, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.